Servus Bauwagen Finsterrot! Hiermit erfüllen wir heute am 21.05. eure Aufforderung zur Challenge Wassergrillen. Wir stehen im Stangenbach und sehen eure Vorgabe, wie es sich gehört erfüllen. Herzlichen Dank für eure Einladung. Ab jetzt werden wir das in der Woche drei Mal machen, oder Jungs? Jungs! Und hiermit nominieren wir heute auch drei Vereine am 21.05. Ich muss aber gleich sagen, es geht eine Woche. Wer es nicht erfüllt, zehn Kasten Bier abzugeben am Festplatz im Stangenbach bei uns. Und zwar nominieren wir VfB. Und wir nominieren F.C. Neuladum. Und wir nominieren F.V. Wüstenroth. Genau. Und als besonderer Auftrag von unserem Vorstand nominieren wir noch alle gemeinsam. Ja? Frau Ostamtisch Stangenbach! Also Jungs und Mädels, wir sehen uns auf dem OCHSEN-Fest 2018! Yay!